Musik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zum Neptun. Hallo zusammen, mein Name ist Jessi und ich freue mich, dass ihr auch auf unserer heutigen Reise dabei seid. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zum Eisriesen Neptun. Um die Entdeckung des äußersten Planeten unseres Sonnensystems entfachte sich ein regelrechter Wettkampf. In der rechten Ecke, Urban Le Verriere. Und in der linken Ecke sein Kontrahent John Couch Adams. Sowohl Le Verriere als auch Adams sagten zur gleichen Zeit voraus, dass es hinter Uranus noch einen weiteren Planeten geben musste. Auf Grundlage der Berechnungen von Le Verriere entdeckten im September 1846 Johann Gottfried Galle und Heinrich Louis d'Arest in der Sternwarte Berlin einen in den Sternenkarten nicht verzeichneten Stern. Sie hatten mit dem Teleskop tatsächlich Neptun ausfindig gemacht und somit die Berechnungen von Le Verriere bestätigt. Doch auch Adams war davon überzeugt, einen entscheidenden Beitrag zur Entdeckung Neptuns beigetragen zu haben. Das gab so richtig Zoff in der Community. Und erst 150 Jahre später entdeckte man Dokumente, die beweisen, dass die Berechnungen von Le Verriere deutlich präziser waren. Und ihr habt richtig gehört. Neptun ist der erste Planet, der nicht zufällig entdeckt wurde, sondern dessen Existenz mit Hilfe von physikalischen und mathematischen Gesetzen vorausgesagt wurde. Doch wie sind Le Verriere und Adams überhaupt zu der Vermutung gekommen, dass es hinter Uranus noch einen achten Planeten geben muss? Sie hatten Unregelmäßigkeiten in der Bahnbewegung von Uranus festgestellt und schlossen daraus, dass ein weiterer Planet diese beeinflusst. Die sattblaue Färbung von Neptun hat seine Namensgeber scheinbar an Wasser bzw. das Meer im Speziellen erinnert. Deshalb haben sie ihn auch nach dem römischen Gott des Meeres benannt. Poseidon! Nein, das ist der griechische Meeresgott. Auch Ozeanus, Vater aller Flüsse, stand wohl zur Auswahl. Doch entschieden hat man sich dann für Neptun. Neptun rotiert ziemlich schnell um seine eigene Achse. Ein Neptuntag dauert daher gerade mal 16 Stunden. Da er so unglaublich viele Kilometer von der Sonne entfernt ist, braucht er 165 Tage für eine Sonnenumrundung. Seit seiner Entdeckung im September 1846 ist also mehr oder weniger gerade mal ein Neptunjahr vergangen. Irre, oder? Im Gegensatz zu seinem Nachbarn Uranus hat Neptun keine aalglatte Oberfläche. Es sind durchaus Strukturen zu erkennen, nämlich weiße Wolken. Und da Neptun sich so schnell um seine eigene Achse dreht, können auf ihm Stürme mit Geschwindigkeiten von bis zu 2100 Kilometern die Stunde entstehen, die diese weißen Wolken in Bewegung setzen. Der blaue Fleck hier ist ebenfalls ein Sturm. Ein besonders großer, denn er ist ungefähr so groß wie unsere Erde. Bisher sind um Neptun herum 14 Monde entdeckt worden. Doch wer weiß, wie viele es tatsächlich sind. Fest steht allerdings, dass Triton Neptuns größter Mond ist. Und dieser Triton ist ganz schön interessant. Das fängt schon damit an, dass er sich retrograd, also rückwärts, um Neptun bewegt. Triton ignoriert einfach die übliche Laufrichtung in unserem Sonnensystem. Ihr kennt das eventuell vom Schlittschuhlaufen. Da gibt es auch immer irgendeinen Menschen, der konsequent in die falsche Richtung läuft. Auf Triton, den sich Neptun höchstwahrscheinlich aus dem Kolpergürtel eingefangen hat, gibt es kaum Krater, dafür aber Geysire, die flüssigen Stickstoff nach oben katapultieren. Und da Triton von einer Eisschicht überzogen ist, nennt man das Ganze auch Eisvulkanismus. Wenn wir schon vom Thema Eis sprechen, Triton hat von allen Monden unseres Sonnensystems mit knappen 238 Grad Minus die kälteste Oberflächentemperatur. Da hilft auch kein heißer Tee mehr. Wir erreichen gleich unser Ziel Neptun. Da es sich um den äußersten Planeten handelt, ist das leider auch unsere letzte Reise zu den Planeten unseres Sonnensystems. Zum Glück gibt es aber ja noch so viel mehr zu entdecken und wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Erkundung des Planeten und ich würde mich freuen, wenn ihr ganz vielen Astronomiebegeisterten von unseren gemeinsamen Reisen erzählen würdet. Bis dahin, Tschüssi! Bis dahin, Tschüssi! Bis dahin, Tschüssi! Bis dahin, Tschüssi! Untertitelung des ZDF, 2020